Auf den, äh, Krafttech-Server. Und jetzt will ich Fabos Reaktion sehen. So. Alter, was ist mit Streamen hier? Jungs, haltet mal eure Schnauze. Muss ich Fabian töten. Hey, ho, was, ghgt. Hoffe, sie hatten einen guten Rutsch. Junge, ich hab mich über erschrocken. Gibt's davon, gibt's davon Clip? Weiß nicht. Oh, ich hoffe schon. Hast du überhaupt gerafft, dass ich gejoint bin? Ja, das hab ich gerafft. Okay. Ich hab mir auch so gedacht, ja, der kommt jetzt bestimmt gleich, aber ich dachte nicht, dass... Dass ich halt auch auf dich pearl, oder? Juge, was... Juge, ich hab mich so erschrocken. Ich war jetzt ja, äh, 13 Tage in Krafttech gebannt, ja? Achso, gebannt. Für die Leute, die's nicht wissen, ich war gebannt, ja? Äh, das ist ein Konter ja gar nicht. Letzte Krafttech-Video, ihr habt's ja mitbekommen und ich wurde dann gebannt. Ähm, ja. Aber jetzt bin ich entbannt, nach zwei Wochen. Gefängnis. Gefängnis. Rukle, das... Äh, wenig. Danke für die 10 Community-Cups, wie Inscope sagen würde. Nice. Danke dir, Bruder. Auf jeden Fall für den Support. Was will, was will Revi jetzt von mir? Ja, ja, mein Chat wird grad... ...kollt, dass Revi... ...ähm... ...den ganzen... ...IKEA-MIT-DIER-Blöcken vollbillern will. Wat? Mit dir Blöcken? Mit dir Blöcken. Okay. Ja, gehen wir Discord? Putz, zah, putz, zah, putz. Sorry. Autismus. Ich hab ein Energy Drink getrunken, Chat. Mir geht's nicht gut. Mir geht's gar nicht gut. Ah! Was geht ab? Vini, alter Dicker. Wie geht es dir, Mann? Ich hab gerade über die Wichs-Con erzählt, wo wir zusammen hinwollen. Du bist ja Ikea-Gang hinten bei Basti, so, ne? Ich war jetzt zwei Wochen gebannt. Kapper. Aber, ja. Perfekt. Ah, ja. Ähm, das Ding ist, ich möchte Basti's gesamten Ikea mit Diamantblöcken füllen. Ist ein Killer-Prank. Ich sag's dir nur so, wie es ist. Ähm, du lässt das doch sicherlich zu, oder? Mich musst du dann nicht fragen. Du musst eher Fabo fragen, glaub ich. Okay. Ich hab in dem Ikea tatsächlich keinen einzigen Block geplaced. Rewe, ich bin schon hier. Lost. Fabo, kannst du mal, warte mal. Fabo, Discord, hallo? Hallo. Ah, Fabo, geil. Das Ding ist auch schnell. Zwei Fragen. Erste Frage, warum Diamantblöcke und wo habt ihr die her? Okay. Und zweite Frage, reagiert Justin auf das Video? Äh, Justin wird hoffentlich auf das Video reagieren, weil es halt ein Ice-Dout-Ikea ist, Leute. Ja, und weil es ein Minecraft-Video ist und Justin ist ja auch ein alter Moincrafter. Stimmt, Moincrafter, Alter. Moincrafter, man kennt's. Justin liebt's. Justin, äh, Pixelwolf damals gewesen. Für mich ist Justin immer noch Pixelwolf, egal wie viel Peso er bringt, für mich ist er Pixelwolf. Ist mal Realtod. Würdet ihr es nicht auch feiern, wenn ihr ein bisschen mehr Action wäre? So auf Craft Attack 4 Basis so, jeder baut so ne Base, so Krieg, alle müssen so, und sowas. Wisst ihr, was ich meine? Ihr fühlt es, oder? Ich war in Craft Attack 4 nicht dabei, deswegen. Der ist für mich kein Mensch. Das möchte ich mal so hier gesagt haben. Für mich ist er auch einfach nur ein Psychopath. Absolut, absolut. Fabo, fahren wir nochmal Dero und rasieren dich? Ach, Digga, hä? Nee, mich nicht. Warum? Wir können Simon und Omi rasieren. Soll ich mal was machen? Ja, ich bin doch mal was. Nee, es kommt. Jetzt hat ja jeder eine Elytra in dem Projekt jetzt mittlerweile, ne? Ja, warte, warte, warte. Genau, hier, Romatra, warte. Fabo, du hast eine zweite für mich, oder? Bist du hinter mir, Romatra? Scheiße. Ja, ja, ich bin hinter euch, aber ich hab keine Elytra, also. Ah, noch einer, der keine hat, sehr gut. Bin ich ja alleine. Eigentlich hab ich drei Stücke, mit so einem Dender-Chest. Na, scheiße. Wir haben fünf, sechs Diablöcke, ne? Willst du die wirklich alle in einen Raum ballern, wo Basti dann hier mit einem Haste 2 biegt und die einfach wegzimmert, oder willst du die überall im Ikea verstecken? Wieso? Wir stecken die überall, aber wir machen trotzdem hier erstmal das ganze Fenster zu. Einfach nur für den Thumbnail, wißt du? Für den Flex. Junge, Alter, wie viele fucking Diablöcke hast du, Alter, the fuck. So, hier nimmt euch auch mal gern Stack, ne? Und dann machen wir erstmal hier vorne voll und unten halt den Eingang. Damit wir hier einmal komplett iced out gehen, Alter. Und jetzt geht's nämlich, jetzt geht's nämlich um Folgendes. Guck mal, das Video lebt komplett... Von dem Thumbnail, ne? Von dem Thumbnail, genau. Ja, ich kau das. Wann lädst du das hoch? Ich lade vor dir hoch. Rewi, stell dich mal so vor mich. Stell dich mal so vor mich. Alright, sehr gut. So, okay, jetzt können wir eigentlich... Ah, die Tür, ne? Perfekt, Romatra. Perfekt. Perfekt. Okay, äh, Vini, dann laden wir uns das einfach gleich hoch. Content Boys! Perfekt. Alles klar. Warte, wir müssen die mehr in der Käfer, der ballert die nicht einfach so irgendwo hin. Wir müssen die so ein bisschen sneaky-mäßig. Das wird Basti so freuen. Der wird mit den ganzen Diamanten so viel machen können, ne? Ja. Warum machen wir das? Weil, äh, Leute, Romatras vater ist Prinz Markus von Anhalt, deshalb. Ey, Fabo, so dumm, dass er das mit sich machen lässt, oder? Ich bin eher heute Abend nicht da. Achso, du bist noch im Channel, ups. Ähm, Joe. Was? Was? So. Schon wieder ein bisschen pudelt mein Herz, weil ich hab... Aber nur ein bisschen, ne? Es ist nur ein bisschen. Bro, bro, weißt du, was du machst? Du forderst dich einfach zurück, nachdem er dich abgebaut hat. Oh ja, genau, das ist gut. So, einmal Pisskinder trinken. Die waren nur ein Darlehen, die ihr Blöcke. Also an der Stelle dann noch, wie gesagt, gerne mal bei Romatras am Kanal vorbeischauen. Danke für den gratis Content. Ich lese generell keine Subs vor. Ähm, Geld ist mir egal, ich hab genug. Mir geht es dann nur um die Nummer an sich. Ähm, trotzdem sehr, sehr bodenständig von mir, oder? So, Fabo, ähm, wie gefällt dir die Ikea so, Ice Stouts? Also ich muss sagen... Sieht schon wild aus. Ist auf jeden Fall, äh, würde ich genauso tragen. Haben wir wirklich alle DIA-Blöcke verbaut? Das kann das, glaube ich, nicht. Nein, du hast doch noch ein Kist Trimax. Wir könnten das Ikea-Logo noch ersetzen. Das Ikea-Logo, oh, true! Bildt der noch, Craft & Tech? Trimax? Ja? Ich weiß gar nicht, also ich kann, ich kann, wenig, ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, was Trimax überhaupt in seinem Leben macht. Ich glaube, niemand hat Übersicht darüber, was Trimax überhaupt passiert. Lass mal, das ist direkt nächster Free-Content. Der hat doch irgendwas Neues hier gebaut, in der Luft vor dem Wald hier. Lass es einfach mal sprengen. Wäre eine Idee, lass doch einfach mal. Romatra, können wir deine Adresse leaken? Ja, nice. Brauchst du noch ein Video, oder was? Ja, machen wir morgen. Doppel-Upload. Die Ereignisse überschlagen sich. Also Fabo, hast du dir das erwartet, dass ich gesagt habe, ich komme jetzt on? Ich dachte, das war ein Prank, wirklich. Du hast lange nicht mehr gestreamt hier, ne? Ja, seit dem Ender-Drachen-Gewinn. Und würdest du sagen, du hast es vermisst? Und wie sehr fehlt dir im Alltag deine Vorhaut? Äh, tatsächlich gar nicht, so ehrlich. Okay. Das ist doch chillig. Ja. Mini, der Coin mit, du brauchst Content, hat sich auf jeden Fall, äh, ne? Ja, das wird halt so gut gefasst. Kurz in den Content reingesliden. Ja, Bro, laden wir gleichzeitig hoch. Simultan, Upload, du weißt. Absolut kein Problem. 12.30 Uhr, glaube ich. 12.30 Uhr. 12.30 Uhr habe ich. Morgen, oder was? Da würde sich freuen. Ja, ja. Alright. Alter, stirbt doch, Alter! Ne, morgen sprengen wir das Haus von Eihosa, komm. Bringt nichts. Nein, wir sagen, also, wir verlangen einfach, wir verlangen einfach alle Diablöcke wieder zurück. Und wenn er die zurückgeben will, dann gibt's Krieg. Oha. Aber der ript dich halt, ne? Habt ihr zufällig abbezählt, wie viele Diablöcke das waren? Ja, 5 Stacks. Ne, es waren mehr, oder? Es waren 7 oder 8 Stacks sogar, ja. Ihr müsstet die genaue Anzahl irgendwie so haben, also Schild aufstellen. Wenn er die nicht bis zu dem und dem Zeitpunkt zurückbringt, dann gibt's Krieg. Wald brennt. Ich bin nicht her, Alter. Ne, ne, aber halt anzünden einfach, ist viel schlimmer. Weil da musst du nix machen. Dann playst du einmal Feuer. Dann schreiben wir den Anzahl hin, die es gar nicht sind. Ich mach nur das Beste aus der Situation, Fabo. Feier ich, Gott, feier ich. Mehr Content. Was hat denn Basti hier alles gebaut? Ist der denn ganz normal im Kopf, oder? Das ist meins, das hab ich gebaut. Das war nur Basti. War nur Basti, nicht Fabo. Ich hab das meiste gebaut eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Ich hab mir hier einfach nur Eis hin platziert. Achso? Fabo, sei einfach nicht frech. Du warst noch nicht mal im Projekt hier, da hab ich schon, ja. Du warst hier noch ein Spermium, da hab ich schon mein Eis platziert. Genau so ein Ding, Alter. Fabojan. Heißt du Fabian eigentlich, ja, ne? Ja. Freunde dürfen ihn Fabi nennen. Aber nur Freunde. Perfekt, Fabi. Was? Eis cold. In this bitch. Lass Eis nehmen, wie wenige sagt er, Mann. Eis out Ikea. Sollen wir da was anderes hinschreiben? Eis Kea oder so zum Beispiel? Oder einfach nur Ikea? Ich glaub, das passt nicht hin, oder? Na, okay, das kann sein, ne? Fasti wird so glücklich sein über unseren ganzen Progress, den wir hier machen für ihn. Schon, ne? Geht ja einiges weiter bei dem Projekt. Ich glaub, dass es sich wirklich freuen kann. Über die Dierblöcke. Entweder er findet sich wirklich abpackt, oder er freut sich wirklich über die Dierblöcke. Ja, aber er darf ja nicht verhalten, er muss die Romadra zurückgeben. Was? Ja, ja, der muss sie zurückgeben. Dann freut er sich auf jeden Fall nicht. Uh, Leute haben gesagt, wir sollen das K durch ein C austauschen. Kannst du auch machen. Ikea. Ja. Eis. Eis. Machen wir das ja, oder? Oder passt das? Scheiße, ich bin in den Kühlen drin. Wie komm ich jetzt hier raus? Warte, ich geb dir eine Enderpelle, Rewi. Warte, hier. Warte. Und alle Kühe frei. Perfekt. Anders geil. Aber ich soll noch Out drunter schreiben? Heißt Out, ja komm. Es sieht schon ziemlich kacke aus, aber das ist in Ordnung. Das halt so aus ist. Das I und das T sind auch so fett, das passt. Perfekt, Alter. Ich hab meine Thumbnails, Alter. Also, Digga, ich bin hier maximal zufrieden, Mann. Ich hätt's mir nicht besser vorstellen können, Alter. Video dann zwölf Minuten lang und 26 Werbungen, oder? Weil das ist Januar. 26 Werbungen, 12.30 Uhr und ich werd noch ein Placement mit einbauen. Oh, nice, okay, ja. Rade Shadow Legends, ja. Ganz genau, ganz richtig. Ja, Mann. Bra, so schnell hab ich noch nie Free Content gemacht. Free Content, wa? Bruder, Alter, was? Sagst du, yo, ich muss wieder Content und dies, das? Ja, warte, ich mach jetzt meinen Stream auf. Nein, das ist jetzt auch schon wieder genug. Also, wir sehen uns dann nächstes Mal, Alter. Macht's gut. Haut rein, bye, bye. Hast du echt ausgemacht? Oh, Mann, Alter.